hallo ich hab dir doch vorhin erzählt was ich so glauben könnte es geht doch nicht darum was du glaubst oder was du nicht glaubst es geht doch immer nur darum was du bist was ich was ich bin ja was soll ich denn sein ja bist du ein teil war bist du das ganze wie soll ich das verstehen ja nimmst du wahr ob du ein teil im ganzen bist eine figur ein objekt oder ob du das ganze bist was auftaucht es wechselt immer ab mal so mal so aber kann das ganze sich überhaupt wahrnehmen als das ganze oder kann sich nur als teil reflektiv wahrnehmen das ist eine gute frage das ist wirklich eine gute frage das ganze kann sich nicht als ganzes wahrnehmen da es ja vor dem ganzen wahrnehmbaren ist so hört sich ja sehr interessant ja danke auf wieder schön schauen bis zum nächsten mal